Hey Leute, was geht? Ernautricks hier am Sohn und willkommen zu einer Runde Capture the Flag auf der Map Lava oder so heißt sie auf jeden Fall. Wir sind am Anfang. So, wir fangen an, wir spinnen das Maragd und geben mal unser Bestes. Wie immer das Beste geben vom Besten kennt man ja. Müssen wir mal sehen, wo wir langgehen. Hops und hops und hops und hops und hops. Da ist der Drops gelupscht. Ja, oh, dann habe ich voll gegeben, ey. Er hatte keine Chance. Attacke! Was ist denn hier los, ey? Ich komme nicht weg. Selbstmord wieder Spacken, Alter. Mann, ich kam einfach nicht weg. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Gedrückt und gedrückt und alles und meine, er hat sich nicht richtig bewegt, ja. Echt scheiße gelaufen, kann man ja anders sagen. Meine Sachen, Mann. Was ist meine Emerald Blöcke? Ich brauche viel mehr Stuff jetzt hier. Los, los. So, nehme ich mal ein paar Blöcke mit. Das könnte hilfreich sein. Was brauchen wir noch? Haben wir alles? Ne, es fehlt noch eine Hose. Eine der wichtigsten Sachen, ne? Ach, kommt schon. Ich brauche noch einen Emerald Block hier. Kann doch nicht sein, dass hier keiner mehr ist. Alter, Leute. Ein fucking Emerald Block. Ja, ja. Halleluja, endlich. Krass. Wenn ich nicht einen blöden Emerald Block bekommen habe, ist, äh, lächerlich hier. Alter, was hat der... Stern wie dumm. Der Typ war ein bisschen komisch. Er hat nur gebaut. Das war eher so der Bauer, ne? Da dachte ich so, du... Was soll denn das? Mann, nicht einer ist verreckt von denen. Scheiße. Ich hasse das mittlerweile. Wenn die Leute nur... Bauen hier, ne? Das war... Das ist echt schlimm. Nur am Bauen hier. Ja, die haben unser Ding, oder was? Was ist hier los? Lass sie hier nicht hinkommen, wenn die mit unseren Blöcken hier, ne? Sehr peinlich. Und traurig. Alles auf einmal. Komm ab. Ah. PAM. Ey, es ist gerade so nervig. Ehrlich. Tschüss, ihr Spacken. So. Let's not incoming. Das ist sowas von nervig. Die campen einfach nur. Leute, der Sinn ist, sich die Flagge zu holen. Nicht nur zu becampen. Wie... Boah. Das Gefühl, die greifen uns ja nicht mal an. Ich hab das Gefühl, die campen wirklich nur alle zusammen an der Flagge. Capture... Camp the Flag heißt jetzt mittlerweile der Moden. Mit mir Capture. Jetzt gebe ich dir den Ding an. So. So, tot. Er greift nur von oben an. Das ist immer clever. Alter, Spam-Ouino hier. Ja, das ist... Lauf, Forest, Lauf! Puh. Haben wir schon mal eine Flagge vielleicht sicher. Wollen wir auch an, wie weit der Junge kommt, ne? Der hat sich versucht, immer ein Leben zu regenerieren. Dusch jetzt bitte eine Basis. Versuch, keine Aufmerksamkeit zu bekommen. Miraschön. Ach ja. Hey. Na? This man one, alter. Der macht das hier. Und jetzt laufen wir. Jetzt laufen wir. Wir sprinten. Wir sprinten. Wir laufen. Ähm, zack, zack. Die Flagge haben wir schon so gut wie sicher. Wollte kein Problem werden. Der war auch noch die roten, ja, ja. Lalalala. Hey. Wow. Wow. Okay. Mr. Morgan. Den genickt, oder? Wer weißt du das? Bibi Typ, alter. Ich hab sie. Sowas. Wir selten, ne Flagge, selten, ne Flagge. Und ich steckt das. Und, und. GG. GG, Leute. So. Flash. Hopp. Da war Farm. Ja, Minecraft, was würdest du mir jetzt sagen? Ist natürlich gut gelaufen. Ohne Probleme, tatsächlich. So, geht doch. Musst nur immer Geräusche machen, dann geht das. So. Farm. Danke. Schleschstart. Danke. Und es geht los. So. Noch eine Runde Farm spielen hier, ne? Pam. Weißt du, wir gehen, äh, Redstone, ne? Okay. Süße kleine Map auf jeden Fall. Bam. 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 Ah. Oh, geil war das. Komm schon, ich brauch noch eine Blase. Oder komm ich nicht mehr an, ey? Eine Blase, eine Blase. Oh, das ist dein Gegner. Merke natürlich blitzschnell. Gekonnt. Gekonnt. Warte, die haben schon unsere Flagge? Ach, Leute. Ernsthaft? Ah, Störpfleischschaft. Danke. Wow. Bin ich nicht mehr rangekommen, bin, Alter. Kassi. Kassi. Die Möglichkeit hat gesiegt. Unentschieden. Du Schlampe. Au. Sie hat sie getötet. Sie hat sie getötet. Ich monster. Geht doch. heiliger bmw doch mal hinten hoch kann man ist ja cool so und schnell weg und schnell weg und schnell weg und schnell weg und runter und springen süßer lauf online leben und los 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 heiliger bmw haben wir das haben wir das lockere sie sind nur drei leute wir sind nur drei leute wir sind vier krass wir uns fehlt sogar eine aber wie ist jetzt hier die barbus lauf nein fleisch schlaft alter ja dann schaffen wir aber dann holen wir haben wir alle hier das schaffen wir ja hauptsache noch mal fleisch saft getötet das war mein ziel ok sorry fürs hacken so tut mir leid ich hacke nie wieder fleisch saft an dieser stelle wenn du das siehst es tut mir sehr leid dass ich dich mit hacks getötet habe aber anders schaffe ich es einfach nicht so gut bist du und das war die folge und jetzt würde ich sagen naja dann tschüss du misstgeburt nein spaß fahrschaft ist keine misstgeburt oder ich weiß es nicht du maier ich 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 Vielen Dank.